Musik Alle haben auf diesen Tag hingefiebert, der erste Auftritt der beiden Mannschaften in diesem Wettbewerb. Bei den Spielern, bei den Fans, bei den Verantwortlichen ist schon ein bisschen Nervosität zu spüren, was aber natürlich auch ganz normal ist. Jeder will ja mit einem positiven Resultat starten. Die Stimmung auf den Rängen, die ist jedenfalls schon mal großartig. Hoffen wir mal, dass das Geschehen auf dem Rasen damit mitteilt. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markante Ziel. Musik Alles ist angerichtet. Da ist die Chance. Jetzt der Abschluss. Ein Fußballkünstler. Da guckt er ganz genau. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Da muss mehr kommen. Gut gelöst die Situation. Und der Pass, das könnte was werden. Hahn. Er probiert es einfach. Das ist die... Was für ein Hammer! Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Super! Sie haben den Ball umhat. Sie haben Blitzstelle umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. 1 zu 0 der Spielstart. Mit dem Treffer versenkt. Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und dann innerhalb weniger Sekunden sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Jetzt aber. Jetzt der Schuss. Jetzt. 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 Ein Superpass. Gefährlich. Er bringt ihn. Und noch eins. Was für ein Wupfer. Nicht perfekt angenommen, aber im Abschluss glänzend gemacht. Ein schöner Storch. Ein schöner Storch. Ein Traumpass. Und ein Schuss. Der hat es nicht ganz geschafft. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Das ist das. Riesenmöglichkeit. Mit Augenmaß. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Abschluss. Und hinten raus geht in die Luft raus. Andréa. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Das war genau der Start, den man sich so gewünscht hatte. Diese Leistung gibt viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel frei laufen.